hallo meine lieben heute ist schon donnerstag ja gut ich bin auch erst heute morgen fertig geworden jetzt ist mittag jetzt fange ich wieder an ich werde jetzt erst mal meine dispo anrufen fragen was jetzt geht gestern war ich ja bei der dhl in der dhl in landsberg habe ich mich maßlos geärgert aber naja schwamm drüber neuer tag neues glück schauen wir mal was heute geht also dann bis später tschüss so jetzt bin ich vor dem marsch jetzt fahre ich in leipzig los und mache jetzt hier richtung marane in marane laden von neckars ulm ja das ist eben immer so ein thema da scheiden sich im moment unter den kopf fahren die geister die einen sagen vierspurig ausgebaut durch fahrbahn darf ich prinzipiell schneller aber das gesetz sagt nun mal leider nein der gesetzgeber sagt du darfst auf der vierspurigen bundesstraße nur schneller fahren wenn sie als kraftfahrstraße ausgewiesen ist also mit dem blauen vier eckigen schild mit dem weißen auto und wenn das nicht der fall ist dann darfst du das nicht zum beispiel die 243 quer durch den harz die ist größtenteils vierspurig ausgebaut als kraftfahr straße ausgewiesen und da darf ich auch 80 fahren aber zum beispiel auf der bundesstraße zwischen zwickau und der a4 darf ich das nicht weil die ist zwar vierspurig ausgebaut aber nicht als kraftfahrstraße ausgewiesen so bloß um das mal hier festzuhalten und jetzt geht's auf die autobahn und ich düse 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 im sause schritt auf die autobahn im fahrerbahn früher bin ich öfters mal in das werk gefahren wo die r8 hergestellt werden die werden ja nicht vom band hergestellt die werden ja alles von hand montiert also ohne bandmontage jetzt die stellen das ding hin und dann montieren die das von anfang bis ende durch ist ja auch schweineteuer das fisch na 8 das ist der audi mit den flügeltüren der rennbaum der flache breitgedrückte der aussieht wie so ein ferrari ein bisschen irgendwie ähneln sie sich ja doch alle naja die reisebusse rasen ja ganz schön es ist ja jetzt letztens erst einer ausgebrannt wo es die 18 toten gab traurig traurig meine anteilnahme gilt den angehörigen der toten und den verletzten wünsche ich gute genesung der zweite busfahrer muss ja ganz vielen da noch das leben gerettet haben weil er die türen aufgemacht hat geistesgegenwärtig und auch vielen herausgeholfen hat sonst wären wahrscheinlich noch mehr zu beklagen gewesen es ist ja bis heute noch nicht so richtig geklärt warum der in flammen aufgegangen ist gleich und warum der überhaupt auf den lkw drauf geprettert ist ich sag euch eins es passiert nirgends mehr als auf der welt na mein freund das ist aber auch nicht auf eine englische art und was ist es ohne dass ich jetzt irgendwas sagen will ausländer haben es die hl und ausländer und ubs noch die fahren wie die chaoten wie die gestörten so auf nach merone in die seiferitzer allee das klappt ja hier wie es brezeln backen die warten schon auf mich ich darf schon ans tor 13 fahren rechts und wieder rechts hat sich so und hier ist das tor 13 aha da rein sehr gut rein ins dunkle loch hier habe ich doch auch immer meinen langen lkw geladen da bin ich aber von der anderen seite gekommen so rein ins dunkle loch ein minüt 37 sekunden spät ein minüt 37 sekunden spät so jetzt sind wir hier auf der pölpitzer brücke so jetzt sind wir hier auf der pölpitzer brücke die strecke sind wir ja schon öfter miteinander gefahren das ist halt so meine stammstrecke durchzweck auch durch das ist mir gar nicht gewöhnt dass um die zeit kein verkehr ist hier ach wer weiß vielleicht sind sie ja schon alle zu hause am urlaub oder was weiß ich sind ja auch ferien jetzt in sachsen schulferien das finde ich immer schön wenn sie dann immer mitten auf der kreuzung stehen weil sie nicht abwarten können auf der kreuzung zu fahren und dann machen sie immer die ganze kreuzung dicht so schüttel schüttel rüttel rüttel ach leute die straßen hier haben es in sich hier kannst du wirklich nur schrittgeschwindigkeit fahren sonst wird das nix hier ja ich bin hier immer straff am akkus laden deswegen habe ich auch so viele stecker hier vorne drin weil ich hier immer nach dem akkus laden muss von kameras und 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 dann hat man ja noch so diverse andere sachen die immer dann so ein bisschen im auto hat die strombraucher also ich brauche schon richtig viel steck aus hier für meine 24 volt anlage jetzt jetzt ist grün es grün zu grün wenn die blüten blühen dann grüns zu grün ich höre mal lieber auf zu singen sonst wird gar nicht mehr grün in wurms zwei ladestellen und am montag zwei abladestellen ohne paletten tausch hat er geschrieben das finde ich schon mal gut ohne paletten tausch ist immer gut einmal 14 paletten und einmal 13 paletten kann ich dann schön verteilen einen auf dem hänger einen auf der maschine muss ich dann noch mal gucken wie es mit dem gewicht ist aber das wird nicht allzu schwer sein denke ich mir jetzt habe ich ja hier kampfgewicht gerade mal anderthalb tonnen das ist so eine vorserien sache wie wir es schon mal mit polen hatten da haben wir ja die vorserien abgassysteme von bösen sind wir nach polen runter gefahren ganzes auto voller gitterboxen runter geschafft und dann haben wir bloß so paar teile so paar musterteile hoch geholt da sind wir dann immer mit maximal einer tonne wieder nach hause und das ist auch hier so vorserien sache da wird irgendwas ausprobiert für die neuen A8 und da müssen irgendwelche teile vorab nach neckarsulm geschafft werden jetzt bin ich hier schon auf der A3 Richtung Würzburg unterwegs und dann geht es auf die A81 Richtung Stuttgart bis zur 6 und dann bin ich ja auch schon bald da noch 160 km also keine dreieinhalb stunden mehr habe ich euch schon gesagt dass ich gleich da bin ne dann sage ich es euch jetzt ich bin gleich da von der Autobahn rechts abfahren habt ihr es gehört in 3 km von der Autobahn rechts abfahren so jetzt bin ich so in neckarsulm angekommen dass ich noch schön meine neun stunden pause hier machen kann und mich dann früh um neun anmelde also ich werde jetzt hier in mein bett gehen habe genug geschafft für heute reicht aus also dann staunt knitterfreie fahrt und haltet immer schön eure stoßstangen sauber tschüss bis morgen oder besser gesagt bis heute bis heute bis heute